Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe gestern wieder Rinderbrühe gekocht und zwar mit Suppenknochen, wo noch ordentlich was an Fleisch und Knorpel dran war und das habe ich hier dann absortiert. Ihr seht hier die Häutchen, die Sehne, alles mit dabei und wegschmeißen ist viel zu schade. Mein Mann ist das Aussortierte sowieso nicht und deswegen, Weihnachten steht vor der Tür. Die Hunde sollen auch was Gutes bekommen. Machen wir heute aus dem vermeintlichen Abfall. Dazu zählen auch die Karotten, die in der Brühe mitgekocht haben. Machen wir leckere, zumindest für unsere Vierbeiner, leckere Hundekekse. Ja, das Fleisch lassen wir jetzt erstmal durch den Wolf. Ihr seht, da hängt auch noch ein bisschen Suppe grün dran. Das ist alles nicht schlimm, das darf alles da drin bleiben und das hauen wir jetzt durch die feine Scheibe vom Fleischwolf. So, erstmal anmachen. So, dann nehme ich als nächstes die Möhren, auch die komme durch den Wolf. Das haben wir schon mal. Als nächstes brauchen wir jetzt etwas zum Binden und hier habe ich Haferflocken. Die werde ich jetzt einmal durchmalen. Da ist es ganz egal, ob ihr kernige oder die die blütenzarten Haferflocken habt, das ist ganz egal. Und wer keine gemahlenen Haferflocken hat, der kann an der Stelle auch Mehl nehmen. Aber ich habe gerne die Haferflocken und dann brauchen wir noch Eier. In der Videobeschreibung habe ich euch die einfache Menge angegeben. Ich habe jetzt die anderthalbfache Menge, einfach weil ich so viel Fleisch und Knorpel und Sehne noch von dem Suppenknochen runtergeholt habe. So, dann geben wir erstmal die Eier rein und dann geht es erstmal ans Vermengen. So, ein bisschen was von den Haferflocken mache ich schon mit rein und dann wird später noch mal nachjustiert, je nachdem welche Bindung ich brauche. Parallel habe ich schon den Backofen auf Umluft 160 Grad vorgeheizt, damit wir das Ganze dann auch backen können. Und ja, die Karotten können natürlich auch beliebig ersetzt werden. Wenn ihr gerade einen großen Kürbis geschlachtet habt und nicht wisst, was ihr mit dem Rest noch machen sollt, könnt ihr natürlich auch den Kürbis nehmen. Und ja, meine Hunde lieben es ganz besonders, wenn das Gemüse in Brühe gekocht wurde, weil dann schmeckt es hier auch noch nach Fleisch. Und ja, wenn ihr dann Brühe kocht und um die Fleischreste zu nutzen, ein bisschen Brühe, das Gemüse da drin noch weich kochen, wenn es nicht die Karotten aus der Brühe sein sollen. So, ich merke, ich habe hier noch zu viel Feuchte im Teich. Das heißt, ich gebe noch ein bisschen was von den Haferflocken, den gemahlenen mit rein. Und im Übrigen geht das auch mit jedem anderen Fleisch. Wenn mein Vater gerade ein Stück Wild hat und ich da die Knochen bekomme, koche ich die auch gerne aus für einen Fond oder für eine Brühe und nehme dann auch gerne die Wildreste. Also das muss nicht unbedingt Rind sein. Bei mir ist das jetzt nur angefallen, weil ich eine Rinderbrühe gekocht habe. Und deswegen ist es jetzt Rindfleisch. Es kann auch Geflügel, es kann auch Wild. Je nachdem, was eure Hunde bevorzugen, geht das mit jeder Fleischsorte. So, okay, gut vermengt haben wir das Ganze. An der Stelle lassen wir es jetzt noch ein kleines bisschen, vielleicht eine Viertelstunde, quellen, damit die gemahlenen Haferflocken schön aufquellen können und der Teig noch ein bisschen mehr Bindung bekommt. So, der Teig hatte genug Zeit zu quellen bzw. das gemahlene Haferflockenmehl. Und jetzt gehen wir zum nächsten Arbeitsschritt. Dafür hole ich mir erstmal eine Portion aus der Schüssel und jetzt rolle ich daraus quasi mit ein bisschen Mehl einen Strang, eine dünne Wurst und da könnt ihr ganz nach den Bedürfnissen von eurem Hund die Größe der Leckerlis festlegen. Entweder eine dickere oder dünnere Wurst und dann schneiden wir gleich davon Scheiben ab. So, im Prinzip wie bei einem Gnocchi-Teig, kleine Stücke abschneiden und ab damit aufs Blech. Und denkt dran, damit die Hunde das Ganze nicht schlingen, passt die Größe an euren Vierbeiner an oder an den zu beschenken, den Vierbeiner. Und ja, Möpse haben sich ja so an sich alles gerne runter zu schlingen. Deswegen mache ich die auch ein bisschen größer. Und ja, nach dem Backen werden sie bei mir sogar noch getrocknet, aber dazu später mehr. Jetzt füllen wir erstmal die Bleche. Und ich bin ein Freund davon, dass es da schnell geht, also groß ausrollen und ausstechen in Hundekeksformen und so. Das ist alles zu viel Schischi für mich. Unseren Hunden ist es egal, ob dazu Stückchen sind, die abgeschnitten sind oder ob das ausgestochene Hundekekse sind. Denen kommt auf den Geschmack an, dass ich eine Belohnung bekomme und nicht darauf, ob es ausschaut wie ein Hundeknochen. So, das erste Blech kann jetzt schon in den Ofen. Bei 160 Grad brauchen die eine Stunde. Wenn wir die ersten raus holen, sehen wir uns wieder. So, eine Stunde Backzeit ist rum. Ich habe zwischendrin immer mal wieder den Backofen aufgemacht, um die Dampfschwaden abziehen zu lassen, weil die Kekse sollen ja trocknen. Die sollen nicht nur gar werden, sondern auch trocknen. Und jetzt holen wir das Ganze mal aus dem Ofen. So, Blech 1. Ich sehe nichts, ich hole aber trotzdem Blech 2 raus. Und ich mache jetzt eins. Ich mache jetzt alles auf ein Blech. Die letzten noch runter, weil die sind ja jetzt noch relativ weich, haben dadurch eine ganz so lange Haltbarkeit. Und ich gehe jetzt hin, wenn die abgekühlt sind, und stelle dieses Blech neben den Kaminofen bei euch dann auch in die Nähe von der Heizung und lasse die noch nachtrocknen, bis die wirklich knüppelhart sind. Dann sind die auch ein paar Monate in der luftdichten Dose haltbar. Und sie können jetzt sofort runtergeschlungen werden. Das heißt, das ist dann auch noch für die Zahnpflege ganz gut. Zwei Stück habe ich ein paar Minuten vorher rausgeholt. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, weil meine Hunde stehen hier schon parat. Elli und Emil. Emil ist immer ein bisschen zaghaft. Oh, komm. Ist das noch zu warm? Guck mal. Ja. Und die zweite Hälfte. Emil ist immer ein bisschen pinsig. Elli hat ihr schon gemampft, beziehungsweise ist dabei. Und während der Backzeit sind die zwei hier vom Ofen nicht weggegangen. Und ihr könnt mir glauben, wenn die jetzt hier trocknen und der Duft dann quasi auch im Raum ist, die drehen durch. Und jeden Tag bekommen sie einen. Und dann kommen die auch mit der Veränderung ganz gut klar, dass die immer härter werden, weil die kennen ja dann den Geschmack, wenn die auch weich sind. Und ja, unsere Hunde lieben das. Egal mit welchem Fleisch, ob Wild, ob Rind, ob Geflügel. Immer wenn ich was übrig habe, was von den Knochen runter muss, mache ich diese Kekse. Und das ist eine prima Resteverwertung für die Teile, die keiner essen will. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen hoch, einen Kommentar und klar auch ein Abo. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.